Wir haben den Preis gewonnen für den Feli Flex Guard, den Feli Swing Guard. Hier sind wir bei unserem gefederten Unterfahrschutz. Wir haben da einen Traumatikzylinder rein. Einfach zu demonstrieren. Der Trailer kommt, der wird jetzt aufhocken und der Unterfahrschutz weicht ganz einfach aus. Das sind genau diese 100 Millimeter, was mir ein Gesetzgeber vorgeschrieben hat, wo wir tiefer bauen müssen. Und dann haben wir eine Rolle positioniert, dass er einfach, wenn er aufhockt, rübergleiter wird.